Das ist unsere dreckige Eingangstreppe. Sie ist dunkler geworden, hier ist Grünspann und überhaupt steht sie vor Dreck nach dem Winter. Ich brauche Wasser, den Bodenintensivreiniger und zwei Bodenfaser. Hier steht die Dosierung, die schütte ich direkt ins Wasser und dann alles auf die Treppe. Jetzt schrubbe ich mit der grauen Bodenfaser hin und her. Hier siehst du schon die ersten Ergebnisse. Die Stufenkanten bekomme ich auch gut sauber. Mit klarem Wasser abspülen und mit der Bodenfaser grün Langflur ziehe ich das Wasser ab. Und tadaa!